ich finde das black hole sieht ganz interessant aus so machen wir erstmal nicht zu viel 50 cent so sieht das ganze aus ich versuche mal beides drauf zu kriegen dass ihr seht was passiert 130 euro 50 haben wir ok dieses große weiße hole darf man wohl nicht kriegen sowie rasputin nur mit fünf falzen jetzt und die sonne diese die ist noch weit dazu irgendwie gefühlt das monster kommt jetzt heute ist wohl das hat ja schon so lange nix gebracht hier bleib weg du viel frisst aber ganz ordentlich dafür dass ich erst 8 euro 15 jetzt aber alles weg kommt ja gar nicht nein Oben ist der eine Turm ja schon voll, deshalb gab es gerade einen Teilgewinn mal. Jetzt zieht mir die ganze Kohle wieder weg, ich sag ja, ich mag persönlich die Turmspiele nicht so wirklich. Jetzt kommt wieder nichts und gleich kommt wieder das Monster. Ja, kommen wir noch ein paar Mal. 5 Euro, wenigstens etwas. 4,50 Euro. Naja, war alles futsch. 18 Euro weg. Einen Versuch mache ich noch. 10 Euro weg. 5 Euro weg. Ist auch mal mehr drin, kaum letzter Anlauf. Ist natürlich schön, so wird ein Turm schnell voll direkt, wenn er leer war, mit nur einem Bild. Ist natürlich schön, wenn öfters mal diese Bilder kämen. Na, weg wieder, ich mach mal was anderes. Ich guck jetzt gerade erst, was ich hier auch wieder gefunden habe, bis Tree Piggy ist, hatte ich damals schon gespielt, das fand ich eigentlich ganz gut. Hier wird gar kein Explosion angeboten, ich starte nochmal auf 80 Cent. Oh, kommt direkt Serie her. Und? Schade. Dafür dass ich schon so viel Kohle hatte, ist jetzt leider schon wieder viel weg. Normalerweise hole ich das Geld immer raus, jetzt dachte ich mir, komm, ich mach es mal ein bisschen weiter. Aber anscheinend ist meine sonstige Methode wirklich sinnvoller, die Kohle rauszuholen. auch ein Euro mal. Komm, und jetzt noch einen dritten Scatter. Ach, schade. Komm jetzt. Na. Ich glaub, der Automat will ich schon nicht. nicht mehr. Nicht mehr zwölf Euro. Und? Schade. Und jetzt der Re-Spin. auch nicht. Komm jetzt. Freispiele. Ja, da sind sie. Wahnsinn. Auf einen Euro. Wie? Dankeschön. Dankeschön. Was nehmen wir da hinten? Nehmen wir einmal das. 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 Und hoffen, dass was dabei rumkommt. Ach stimmt, das war ja im Endeffekt die Detailflower. Hat es auch schon wieder vergessen, ist schon was her, wo ich das gespielt hatte. Nehmen wir mal. Nehmen wir mal den Rest. Nehmen wir mal den Rest. Und Respan. Komm, mach doch mal die Verlängerung. Und? Aha. Und jetzt vielleicht noch eine Verlängerung? Nein. Und? Aber immerhin habe ich mein Geld soweit wieder. So weiter geht's. 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 So weiter geht's.